Ich hab gerade irgendwie mal ein bisschen Lust auf ein paar verrückte Hühner zu wetten. Deswegen gehen wir jetzt auch zur Wegmarke Weitschuss. Da tummeln sich wahrscheinlich schon die ersten Wettlustigen. Gehen hier den Weg hoch. Ich komme dann zu den ganzen Spielsüchtigen hier oben. Und dann auch, den kann man jetzt gerade hier gar nicht sehen, weil er so eingetütet wurde, zum Tick. Kommt nur her, keine Scheu. Meine Rennmoas sind die reinste Augenweide. Was haltet ihr von einer kleinen Wette? Vielleicht habt ihr den richtigen Riecher für die schnellsten Moas. Ja, ich möchte eine Wette auf eurem Moas platzieren. Jetzt ist halt die Sache, es ist 50 Silbereinsatz hier. Und dann könnt ihr auf Mieb setzen, auf Motti, auf Mord oder auf Monna. Oder ihr macht zufällig. Das Rennen läuft gerade, deswegen kann ich jetzt nicht setzen. Das machen wir gleich. Neben dem Tick steht noch ein Kaufmann, der Lehrling. Den könnt ihr auch ansprechen. Wenn ihr gewinnt. Wo habe ich es denn? Hier, ich habe nämlich schon, ähm, ein Moa-Rennmar gewonnen gehabt. Und dafür sieben Rennbahngutscheine bekommen. Die könnt ihr dann auch eintauschen. Gegen Beutel Rennbahngewinne. Gegen Beutel... Ja, das sind alles Beutel Rennbahngewinne. Nur in grün, blau und rot. Der Rote gibt ein Gold, 40, meine ich. Ich weiß jetzt gar nicht, was die anderen alle geben. Die geben halt alle ein paar Silber wieder. Ich glaube, beim Blauen bekommt man seinen Einsatz wieder raus. Ihr könnt aber auch noch ein Minipad bekommen. Und zwar den Mini-Hellmoa-Rennläufer. Dafür braucht ihr allerdings 127 dieser Rennbahngutscheine. Oh, ich kann gerade die Wetten platzieren. Ich wette auf Motti. Denn mit dem habe ich schon einmal gewonnen. So. Alles klar, viel Glück. Danke, danke, danke. Ich habe auf Motti gesetzt. Komm schon, Motti. Du packst das. Du packst das, packst das, packst das. Na, dann stacheln wir jetzt nochmal im Chat ein bisschen an. Der ewigen Alchemie hat jeder seinen Platz. In sieben Sekunden geht es los. Ah, siehst du, er schreibt auch Go Motti. Ja, Go Motti. Die starten dann hier. Das coole ist, voll viele Leute laufen da immer mit. Motti, hier ist Motti. Komm, Motti. Komm, Motti, go! Go! Das coole ist, dass hier so Leute immer mitlaufen. Komm, Motti, komm, komm, komm. Renn, 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 renn. Motti! Das Problem ist, am Ende werden die irgendwie übelst schnell. Das heißt, jetzt wenn man erster ist, weiß man nicht, ob man am Ende reinkommt. Weil irgendwie ein, zwei werden am Ende immer richtig schnell. Ich weiß nicht, ob das gerade ein Bug ist oder ob das so sein soll. Komm, Motti. Ja, Motti ist erster, Motti ist erster! Go Motti, go Motti, go Motti! Der Mucku ist klein, ne? Ganz schön kleiner. Komm, Motti, 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 Motti ist erster. Komm, komm, komm! Los, los! Gewinn, mein Kleiner! Ja, 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 jetzt geht er ab! Jetzt geht er ab! Nein! Da seht ihr dieser Mord! Warum geht der auf einmal so ab? Nein! Motti! Hol ihn dir! Ach, guck mal, jetzt bin ich Zweiter geworden. Wenn man Zweiter gewinnt, bekommt man anscheinend auch nochmal drei Rennbahn-Gutscheine. Ja, komm, dann nehmen wir die mal. Jetzt können wir doch mal schauen. Wir haben ja, also bei sieben Rennbahn-Gutscheinen. Den nehmen wir mal, ja. Und den blauen nehmen wir auch mal. Ja, 425. Ach, guck mal, da gibt es 60 Silber für den blauen. Ich bin schneller als ein Centaur. Ah, guck mal, und ein Gold so und so viel beim Roten. 1,40 gibt es da, meine ich jetzt. Ein Gold, 40 Silber? Nicht schlecht. Na, jetzt habe ich zwei Gold. Ach, komm, wollen wir nochmal ein Rennen? Komm, wir machen noch ein Rennen. Auf wen setzen wir denn, Leute? Mord. Miep, wir hatten gerade gewonnen. Komm, wir setzen mal auf... Scheiß nicht. Ich mag den Miep so. Nee, den Motti mag ich so. Komm, noch einmal auf Motti. Diesmal packt er. Ich habe es in Morin. Der packt das jetzt. Der packt das, der packt das. Wo ist er? Hier ist Motti. Komm, Motti. 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 Go, 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 go! Motti, komm, 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 komm schon. Kriegst extra viele Körner, wenn du gewinnst. Komm, Motti. Guck mal, ich bin schneller als ihr. Komm schon, rennt, rennt. Motti, 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 komm. Ja, Motti. Ja, und da überholt er wieder auf der Innenbahn der Motti. Go, Motti. Go, 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 Motti. Go, 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 Motti. Ach, guck mal hier, wie cool das aussieht. Aber egal, komm schon, Motti. Gib ihm, Motti, genau so. Ja, Mann, schreibt der lila Pudding. Motti, Motti. Motti, 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 Motti. Jetzt geht der Mock auf einmal so ab. Was ist das denn? Nein, Motti ist vorletzter. Nein. Nein. Ich verliere. Aber bis zum dritten bekommt man immer noch was. Motti und Mieb sind letzte. Ach, Motti, ey. Ja, und da ist das Event gescheitert. Aber ihr wisst, wo ihr die Moaren hier machen könnt. Was ihr hier bekommt. Zur Wegmarke Weitschuss in Löwenstein. Hier unten. Und dann hier hochgehen. Ist auch auf der Karte gekennzeichnet. Aktivität Moaren. Da könnt ihr ein paar schöne Wetten platzieren. Aber nicht süchtig werden, Leute. Exzelt.